Hallo und willkommen zu der nächsten Minecraft-Folge. Ja, wir hatten letzte Folge gesagt, dass wir einen Weg bauen wollen, und zwar von unseren großen oder kleinen Häuschen da bis zu unserem alten Haus, wer sich noch erinnern kann. Und deshalb sind wir auch hier in der Höhle gerade und bauen ein bisschen Stein ab, denn so ein Weg braucht ein bisschen was. Ist ja nicht so... so ein kleiner Weg ist es ja nicht. Naja, jetzt anfangt mal ein bisschen Werbung, während wir abbauen. Ellos Reich, falls ihr es mal wieder gehört habt. Ellos Reich hat die ersten richtigen Minecraft-Folgen draußen und ist schon ziemlich beliebt, wie ich gesehen habe. Also könnt mal reinschauen. Er hat jetzt die ersten richtigen Sachen gemacht. Und dann gehen wir jetzt mal hoch und gucken mal, ob das jetzt reicht. So, dann können wir ja mal wieder zurückgehen. Da haben wir jetzt ein bisschen was und haben wir eine Schaufel mit, denn das brauchen wir am meisten. Nein, haben wir nicht. So, 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 so. Falsch, natürlich. Dann wäre es richtig gewesen, aber... So, jetzt machen wir dann gleich mal den Weg. Ich hoffe, das geht auch jetzt. Jetzt haben wir ein paar Schaufeln, können wir auch gebrauchen. Weißt du, hast du noch einfach alles voll. So, so. Das hat mich total geschockt. Ich gratuliere jetzt auch Endo an dieser Stelle. Ich bin auf seinen Kanal gegangen. Was ist passiert? Videos haben bis zu tausend Aufrufe. Na ja, nicht so viele, aber tausend Kommentare sofort. Oh mein Gott. Also... Der Junge ist richtig beliebt. Ich weiß nicht, warum. Aber Glückwunsch. So. So, was könnten wir denn nun auf dieser langen Reise auf diesen Weg jetzt hier erzählen? Also als erstes würde ich erstmal den, 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 den Weg hier ausheben, bevor ich überhaupt was mache hier. Wir machen immer alles. Ähm. Nacheinander. Sozusagen. So. Sieglinge haben wir auch dabei. Können wir vielleicht mal ein bisschen pflanzen hier. Nebenbei. So, speziell gebrauchen wird bestimmt jetzt nicht. So. So. Gut. Dann jetzt mal weiter. Boah. Wir gehen die Idee los. Nein. Ich schaff da schon irgendwie. Durchzukommen. So. 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 Okay. Dann gehen wir hier hoch und... Ich will mal. Ach. Mein Kraftmusik. Und diesmal nicht die neue. Okay, die hatten wir noch nie die neue. Ich bin ja im Moment nicht hier auf der 1.7 oder was. Ich bin nämlich immer noch auf der alten, ich weiß auch nicht warum. Wahrscheinlich, weil ich hier die ganzen Mods drauf hab. Weil irgendwie hab ich es noch nicht geschafft, auf der alten Version, also auf der neuen Version, die Mods zu installieren. Deshalb spiel ich bisher auf der neuen, alten, oder? Ich hab schon lange nicht mal Minecraft gespielt, jedenfalls nicht so, wie ich es gerade mache. Ich kann mal noch kurz spielen, ne? 1.7 Aber ich war schon lange nicht mehr im alten Haus, also... Mal gucken, wie es da aussieht. Wahrscheinlich schon zugewuchert und sonst was. Oh. Hm. Ich rede im Moment sehr wenig, was ich normalerweise bestimmt auch tue, aber... ...dieses Mal fällt es mir am meisten auf. Ich weiß nämlich nicht, was ich reden soll. Soll ich über den Welthunger reden? Soll ich über Star Wars reden? Soll ich über Endos Reich reden? Soll ich über den Weg reden? Ja, was soll ich denn hier reden? Ja, das ist ein Weg auf Stein und... ...also aufs Pflasterstein wird das werden, ein Weg und... ...der wird ziemlich lang werden. Und ich glaube, wir machen hier ne Brücke rüber, wenn wir hier ganz oben sind. Wenn wir es nicht schaffen, noch nur hoch zu kommen. So wie ich hier gerade alles abtrage, dann muss ich den Berg ja fast geben. So, können wir hier ne Brücke rüber machen? Theoretisch gesehen ja, aber das wird ein Riesenprojekt. Wir könnten nach außen rum gehen. Aber die Brücke wäre natürlich spektakulär. Hm. Hm. Wir könnten natürlich auch einen Tunnel bauen. Bauen wir den Elbtunnel nach. Oder zwei Wege. Wir bauen jetzt einen Tunnel. Mal was anderes als nur so einen langweiligen Weg. Jetzt kommt der Wasser runter? Ne? Oh ne. Komm schon. Okay, da kommt jetzt Wasser runter, bitte. Äh, nein. Gut. Alles supi. Kein Wasser. Alles ist gut. Da kommt Wasser runter. Hm. Hm. Scheiße. Pfff. Naja, können wir so lassen. Hm. 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 Wir haben keine Flackeln mit. Und haben wir auch irgendeine Schwierigkeit. Denn... Nein. So. Gut. Dann bauen wir jetzt mal den Tunnel. Tunnel, Tunnel, Tunnel. Und natürlich brauchen wir dafür eine Spitzhacke. Wunderbar. Tunnel. Und da werden wir dann diesen Weg hier anschließen. Auf den Blick. Wenn wir hier ankommen. Lebend. Und heil. Dann können wir den Weg da anschließen. Dann können wir den Weg da erschließen. So. 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 Egal. Egal. So. 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 wir können ja den Weg eigentlich erweitern danach, wenn wir jetzt wissen. Oh, nicht schon lieber Weg bauen. Geh mal lieber in die Mine. Okay, dann gehen wir nächstes Mal eben in die Mine. Ja genau, wir waren zu lange nicht mehr in Höhlen drin. Okay, waren wir. So und immer wieder einfach. Egal, trotzdem. Guck mal, hier können wir doch jetzt ein Brücke bauen aus Erde. Nachher dann noch Stein. Ne, warte mal, wir haben... Muss doch nicht alles aus Erde sein, also überhaupt nicht. Gibt's da überhaupt Anschluss? Ja, wollte ich grad sagen. Ja. Ein Skelett, die Wunderbar. Hallo. Wir brauchen einen Bogen, unbedingt. Stopp! Stopp! Oh, guck mal, ein Bogen, wie gerufen, aber den kann ich nicht aufsammeln. Nein. Ist doch auch egal. Wir haben doch ne Spitzhage mit. So. 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 So, 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 so. Doch. So, 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 so. Doch. Hm. So, 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 so. Hm. Mm. schon hier auf. Und es wird Tag. Die Monster verschwunden. Wer hat's damals? Kommt doch hier der Kaiser. Wie der Weg wohl von oben aussieht, werden wir vielleicht irgendwann nachfahren. Aber egal. Weiter, 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 weiter. Oh, wie viel Erde ist das denn? Naja, ist ja nicht so schlimm, dass wir es nicht aufsammeln. Wer braucht denn bitte Erde? Du hast mich beleidigt. Ich mag Erde. Ja, doch egal. Tu. Ein Enderman. Hallo Slender. Ja. Oh, da. Scheiße. Nein, aus. Cool, aus, aus. Immer diese Leute. Natürlich kann man das auch nicht einsammeln, aber das ist doch egal. Ein Verbrennender Zombie. Und ein Creeper. E.P. und sonst. Mit Schwert. Aaaaah. Das sagt ja keiner. Kann so gerne bleiben. Ist mir egal. Alles ist mir egal. Einfach alles. Nicht beachten. Nicht beachten. So. 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 So nicht. So. So. auch auch irgendwann kommen sie dir das ist mit dem Anliegen zu wissen von der Vorbereitung es ist ein einziger Wegbau das ist eine einzige Wegbaufolge aber nicht nicht egal doch egal nee doch nicht in der nächsten Folge muss man das ganze auch noch verlegen aber wir werden glücklich darüber sein was wir es gemacht haben denn jetzt finden wir nämlich immer ich will ihn zu Hause zurück wo wir früher waren und da wollen wir doch immer bleiben gut 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 warum tue ich das gut 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 wieso gut 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 irgendwann müssen gut 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 let's geht gut wie gut so, es haben wir auch schön Kohle und wir haben uns das Eisen mitgenommen, was wir eigentlich in den Ofen schieben könnten. Wow, eine richtig schöne Höhle. Gut, dass wir einen Weg lang bauen, denn dann können wir nächstes Mal hier hingehen. Mit nächstes Mal kann es nächste Folge sein oder übernächste oder nächstes Jahr. Übrigens, an diesem Rande schon mal frohe Weihnachten nachher, also nachträglich frohe Weihnachten. Oder ist, aber ja. Auf jeden Fall frohe Weihnachten. So oder so. Mit, mit, mit. Ach so eine kleine Schlucht. Ja. Ja, so. So, so, Creeper. Hierее. Äh Weg, 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 weg! Komm doch, mach mal weg! Und mach mal weg, jetzt! Hm, 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 hm! Diese Folge ist bestimmt wieder über lange, dafür entschuldige ich mich schon mal jetzt. aber wer noch dran ist Dankeschön Dankeschön Auf jeden Fall versuche ich hier grad weiter zu gehen So, jetzt müssen wir noch gleich da sein Nein Überall noch krass Und wir sind gerade mal so weit von unserem Dorf entfernt Naja Jeder Weg muss nur mal tausend Kilometer verlegt werden bevor er gefahren werden kann Aber guck mal die erste richtige Main-Kracht-Verbindung zu unserem Spiel So sagen die Autobahn von Minecraft So, so, so immer noch so Und dann wieder noch Bauer Und mal wieder eine Höhle, wahrscheinlich die gleiche, die wir letzte Mal gesehen haben Scheint ja ein großes Müllensystem zu sein Und wir scheinen immer, wisst nicht Kann sein Da war das noch, genau So, 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 so So, so, so So, 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 so So, 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 so Okay, ja, ja So, so, so So, so Und immer noch nicht da Na ja Na ja, wir können erstmal gucken Wie weit es geht Also, wie weit wir noch gehen müssen Deshalb gehen wir jetzt einfach von diesem Standpunkt aus Zu strikt Zu uns nach Hause Zu unseren Alpen nach Hause Wenn das geht So, so So, so, so So, so Ein Baum Da, da stand ein Baum früher Oh, ne Schlucht Ne Schlucht Ich weiß, wo wir sind Da ist unsere Brücke Yay Yay Und sah altes aus, guck mal Tausend Jahre Tausend Jahre sehr Hühner Wasserschlucht Ein noch nicht ganz fertiges Haus Sieht das nicht wunderschön aus? Mit Schafen Yeah Und ein Innenhof Geil Warum bin ich hier abgehauen? Warum bin ich hier abgehauen? Hm Ja Unser altes Haus Wie lange ist es her? Sehr lange Sehr gut, dass wir hier an den Weg hingemacht haben Denn das werden wir wiederbeleben, das Haus hier Sieht doch wunderbar aus Ach, wie ich das hier mit Mel gebaut hab Alte guten Alte gute Endzahlen Das ist total großreich Wunderschöne Sachen Eimer Eimer Leute Eimer Und Karotten Und dann noch nicht fertiges Dach mit einer Treppe Oh Wunderschöne Heimat Wo wir aufgewachsen sind Als ganz kleine Mini kleine Mit unserem künstlichen Wald Und unserer Riesenmauer Und unseren kleinen Tunnel da unten Achja Naja und mit diesem Anblick sagen wir Oder sage ich Tschüss Bis zum nächsten Mal bei der nächsten Minecraft Folge Einfach Tschüss Das ist Das ist das